Was hast du am Wochenende gemacht? Am Wochenende besuchten meine Freunde und ich eine touristische Stadt. Am Wochenende besuchten meine Freunde und ich eine touristische Stadt. Am Wochenende besuchten meine Freunde und ich eine touristische Stadt. Hast du diese Stadt mit deinen Freunden von der Arbeit besucht? Nein, ich war mit Freunden von der Universität dort. Nein, ich war mit Freunden von der Universität dort. Ich war mit Freunden von Freunden. Wie gefällt euch die Stadt, die ihr zum ersten Mal gesehen habt? Musik 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 Es hat uns sehr gefallen. Es ist eine sehr schöne und niedliche Stadt. Es hat uns sehr gefallen. Es ist eine sehr schöne und niedliche Stadt. Musik 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 Auch die Bauart der Häuser in der Stadt hat uns sehr gefallen. Man wollen die Aufnahme, meine Mutter. Oh, okay. Oh, okay. Okay, okay. Okay, die ist nicht sicher. Okay, die sind ja nicht sicher. Oh, okay. Okay, das ist ja schön. Ja, wir haben es ja nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir hatten großes Glück, denn das Wetter war wunderschön. Wir hatten großes Glück, denn das Wetter war wunderschön. Wir hatten großes Glück, denn das Wetter war wunderschön. Wir haben sehr schöne Fotos gemacht. Wir haben sehr schöne Fotos gemacht. Wir hatten großes Glück. Wir hatten großes Glück, denn das Wetter war wunderschön. Wir werden diese schöne Stadt wieder besuchen. Würdest du mitkommen wollen? Wir werden diese schöne Stadt wieder besuchen. Würdest du mitkommen wollen? Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal! Musik 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 Musik